Mit Covid nach Hamburg-Harburg Ich fahre mit der Bahn nach Hamburg-Harburg zu meiner Schwiegermutter. Meine Schwiegermutter gehört zur Risikogruppe und traut sich nicht aus dem Haus. Deshalb konnte sie uns seit fast einem Jahr nicht mehr besuchen. Corona hat also nicht nur Nachteile. Der Opa, der im Moment mehr gegenüber Platz nimmt, hätte das auch tun sollen. Zu Hause bleiben und mich nicht nerven. Ich war über den Maskenzwang noch nie so erfreut wie in diesem Augenblick. Der alte Mann hustet wie aufgesogen im Minutentakt so stark, dass sich sein Mundschutz jedes Mal wie ein Ballon aufbläht und kurz vorm Explodieren ist. Wenn er platzt, wird ein Spuck-Tsunami über mich hinwegfegen. Gut, dass wir Mundschutz haben, insbesondere Sie, kundere ich ironisch. Sind Sie etwa Mundschutzhersteller? Nein, aber trotzdem möchte ich noch leben. Man muss immer fragen, wer der Nutznießer ist. Nutznießer? Wovon denn? Wer profitiert denn von einem Mundschutzzwang? Wer hat ein Motiv? Sie glauben doch nicht, dass es ein Zufall ist, dass der ganze Schlamassel bei euch in China seinen Lauf nahm, oder? Wenn jeder Schneese Szenen Masken kauft, macht das 20 Milliarden Masken. Und denken Sie noch an den Impfstoff. Wenn alle Chinesen sich in einer Reihe aufstellen würden, um sich impfen zu lassen, würde diese Schlange die Erde zweimal umrunden und zwischendurch noch einen Abstecher zum Mond machen. Ich sehe vielleicht so aus, aber ich bin kein Schneese, sage ich. Ohne ein Motiv läuft nichts im Leben. Ohne einen Vorteil macht niemand einen Finger krumm, referiert er weiter. Wenn das so ist, was ist denn Ihr Motiv? Frage ich neugierig. Weshalb bombardieren Sie mich im Minütentakt mit Ihren Basilen? Warten Sie, sagen Sie nichts. Ich versuche es zu raten. A. Sie sind Pharmavertreter B. Apotheker C. Arzt D. Sadist C. Ich bin Arzt, stammelt er wie auf frische Tat ertappt. Das ist aber kein Motiv, fügt er hinzu. Wenn Sie Arzt auf der Pampa sind schon, sage ich und zeige ihm den Zeitungsartikel, wonach die Arztpraxen auf ländlichen Gebieten Mangelspatienten schließen müssen. Das habe ich längst hinter mir. Ich suche keine Patienten mehr, sondern eine Lebenspartnerin. Super, ich mache Sie mit meiner Schwiegermutter bekannt, freue ich mich. Warum? Was ist Ihr Motiv? Warten Sie, ich versuche es zu raten. A. Sie hassen Ihre Schwiegermutter B. Sie hassen Ihre Frau C. Sie hassen mich D. Sonstiges D. Sonstiges Meine Schwiegermutter hat mir eine üppige Belohnung versprochen, wenn ich sie mit einer guten Partie verkuppele. Die Corona-Vespe Mitten in der Nacht werde ich wach. Mein Kopf tut fürchterlich weh. Corona Vorsichtig taste ich meinen Kopf ab und treffe auf eine riesengroße Beule. Entweder Corona oder ein Gehirntumor oder beides. Wo kämen denn sonst so plötzlich die rasenden Kopfschmerzen her? Ich muss sofort... Die Corona-Vespe Die Corona-Vespe Die Corona-Verspe